Und da sind wir wieder bei SparMarioWorld und machen das Level nochmal. Ohne den Secret laufe ich jetzt schnell hier durch. Ohne Scheiße zu verrecken. Wie im letzten Part ein paar Mal. So, schnell durch hier. Nein, das war Scheiße. Die blöden Zupats da oben, die... sind schon... Scheiße. Gut, dann gehe ich halt unten lang. Dauert zwar ein bisschen länger. Bam. Verbiest dich. Du Schildkröte. Ja, ich musste kurz schneiden. Aber ist ja nicht schlimm. So, wieder durch dieses scheißgelbe Zeugs. Ja, ja, ja. Da, da, da. Bla, bla, bla. Und hier wieder hoch. Die hole ich nicht. Ach, da muss ich gar nicht lang. Okay. Ja, das ist langweilig. Ich spute einfach vor und gleich bin ich dann fertig mit dem Level. Ja, was muss, das muss. Alle Level müssen geschafft werden. Zweimal. Um 100% zu schaffen. Nicht alle Level, aber alle roten Level. Und alle Geisterhäuser und alle Geisterhäuser und alle... Ja, das war's. Und da sind wir auch schon wieder raus aus dem Kack hier. Oh, je, 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 je. Wir müssen uns beeilen. Und das war's! Yeah! Okay, machen wir mal die Burg. Oder das Schloss. Naja, für ein Schloss ist das eigentlich zu klein. Oh ne. Unser Stachifreunde wieder. Okay. Woops. Eine Feder. Woah. So. So, jetzt warte ich mal. Oh, die Geschwindigkeit von den Dingern ist nicht zu beschätzen. Die hauen. Wild drauf. Woah, 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 woah. Klochentraut darf auch nicht fehlen, ist ja klar. Woah. Bäm. 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 Nein. Woah, das war Millimeterpixelgenau. Woaa. Nein. 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 Und nochmal die ganze Kacke. Und runtergleiten Ups Und wups Alles voll mit Stacheln hier Also mit Stacheln haben sie es hier Echt Eine pieksige Angelegenheit Und wieder die ganzen Dinger hier umbringen Nein Ey wie soll das denn gehen Ja Das geht doch gar nicht ohne Fail Mann Ey wie soll das denn gehen Wie soll ich da rüberkommen Ich glaube ich muss groß sein an der Stelle Und mich dann einfach opfern Damit ich der Klein bin Blöde Scheißkastel hier echt Dich muss ich behalten Das geht doch gar nicht mehr 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 Safe State Und versuch's jetzt Hoffentlich schaff ich den Scheiß hier Und hier drauf Hopp 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 So jetzt mach keinen Scheiß Du blödes Vieh Und er macht keinen Scheiß Und wir haben das blöde Teil geschafft Jawoll Gut gut Kaputt Jetzt könnten wir im Hintereingang zu Bowser gelangen Aber das mach ich nicht Ich will ja nicht im Backdoor Sondern im Frontdoor Ja deswegen mach ich jetzt das Geisterhaus Das letzte Geisterhaus übrigens Im ganzen Spiel Deswegen ja auch das schwerste eigentlich Aber Das ist gar nicht so schwer Und zwar Genau Hier sind gleich eine Menge Türen Wovon eine die richtige ist Und das Gute ist Ich weiß noch genau welche die richtige ist Und zwar war es Die vorletzte Sowas behält man einfach im Laufe Der Lebenszeit Das kann man nicht vergessen so was Gut Das wäre auch geschafft Und wieder ein normales Level Ohne Secret Das ist doch schön Yay Und man ist draußen An der frischen Luft Keine blöden Untoten Viecher Nehmen Oder Vor allem Einfach nur draußen sein Und ein bisschen rumspringen Das will man doch Bei Mario Na ein bisschen zu weit Nach links Und so müsste es eigentlich gehen Und so geht's Ein Cooper Marathon Oder so Nein Das war knapp Ein Bullet Bill Oder ein Bansar Bill Oder wie die auch immer heißen Kanonenbruder Und ein Ziel Und ein Ziel Ach ja Da geht's ja noch zu einem Stern Na gut Wo das war Ach Ja genau Hierfür brauche ich Yoshi Hier war das Hoffentlich bekomme ich hier noch ein Yoshi Wenn nicht dann Nicht Aber wenn nicht Dann muss ich Ein besorgen Dann mache ich es erstmal normal durch Oder ist da ein Yoshi drin Da ist doch ein Yoshi drin Den darf ich nicht verlieren Da unten ist Lava Ja Ich kenne halt nur noch alle Ui Und ui Nein Nein Hier kann ich leider nicht fliegen So Es gibt nichts besseres Als ein Yoshi und eine Feder zusammen Und zwar Muss ich einfach nur Plupp Und plupp Machen Das war's schon Für das Secret Hahaha Ja jetzt ist hier ein Stern Und hier kommen wir wieder direkt zu Bowser Zum Front Door Aber Ich gehe an Um den normalen Weg Und den normalen Weg Seht ihr im nächsten Part Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss